Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In einem vergangenen Video habe ich gezeigt, wie man an der eigenen Fritzbox eine Festplatte betreiben kann, die zu Hause als nass dient. In diesem Video zeige ich nun, wie man den Router, also die Fritzbox, so einrichtet, dass damit auch ein Zugriff aus der Ferne auf die nass Festplatte zu Hause möglich ist. Ich werde dabei natürlich die Rechte für bestimmte Nutzer einschränken, so dass eben nicht jedermann beliebig auf diese Festplatte zugreifen kann. Selbstverständlich kann ich hier keine Garantie für die Sicherheit geben, denn durch den Zugriff von außen auf die Festplatte gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Daten unzulässig abgegriffen werden. Wie bereits gesagt, Sie müssen die Festplatte bereits als nass an Ihrer Fritzbox betreiben. Ich möchte hier auf das entsprechende Video hinweisen, das ich bereits erstellt habe. Das Video wird nun aus drei Teilen bestehen. Im ersten Teil werde ich zeigen, wie man die Benutzer anlegt, die nun von außen auf die Festplatte zugreifen dürfen. Im zweiten Teil werde ich zeigen, wie man auf der Festplatte, also auf der nass Ordner frei gibt und entsprechende Links erstellt, mit denen dann eben bestimmte Benutzer, die entsprechend eingerichtet worden sind, auf diesen Inhalt auf der Festplatte zugreifen können. Und im dritten Teil des Videos werde ich zeigen, wie denn so ein Zugriff dann von außen wirklich aussieht. Kommen wir nun zunächst zum Teil eins. Ich werde nun zwei Benutzer anlegen, die später auf nass Inhalte in bestimmten Verzeichnissen zugreifen können sollen. Dazu bin ich auf System gegangen und auf Fritzbox Benutzer. Hier gehe ich nun auf Benutzer hinzufügen, gebe hier einen Benutzernamen ein, in diesem Fall Max, ein Kennwort, erlaube den Zugang aus dem Internet und zwar auf nass Inhalte. Gleichzeitig schränke ich aber in diesem Fall ein, der Benutzer soll nicht auf alle Inhalte zugreifen können. Dafür lösche ich diesen Zugriff und gehe nun auf Verzeichnis hinzufügen, Verzeichnis auswählen und greife hier auf die Ordnergruppe 1 Max, auf die Max später zugreifen können soll. Damit ist Max soweit mit seinen Rechten eingegeben, übernehmen und Max erscheint hier als ein Nutzer, der aus dem Internet einen Zugang hat. Er wird nun aber noch nicht auf die Inhalte zugreifen können, denn es muss erst, das werde ich später zeigen, über Fritz Naas eine Freigabe dieses Ordners erfolgen und dabei wird auch gleichzeitig ein Link generiert, mit dem Max dann tatsächlich die Möglichkeit hat, auf den Ordner zuzugreifen. Ich füge nun noch Lisa hinzu. Lisa, Kennwort, wiederum Zugang aus dem Internet, wieder auf bestimmte NAS Inhalte, die ich jetzt einschränken möchte, Verzeichnis auswählen, Lisa, okay, übernehmen und Lisa erscheint als eine Nutzerin, die später das Recht hat, auf bestimmte Ordner auf der NAS zuzugreifen. Wie bereits bei Max schon erwähnt, werde ich das allerdings unter Fritz Naas noch speziell einrichten müssen. Es folgt nun der Teil 2, in dem ich zeige, wie auf der Festplatte Ordner freigegeben und Links für Zugriffe erstellt werden. Ich habe ja bereits zwei Nutzer angelegt, denen der Zugang aus dem Internet erlaubt ist, Lisa und Max, und habe in diesem entsprechenden Menü genau vorgegeben, auf welche Ordner sie zugreifen dürfen. Das ist ihnen aber jetzt noch nicht möglich. Es muss zunächst noch auf Fritz Naas eine Freigabe erfolgen. Ich gehe hier auf den Ordner 1 Max, der soll für Max freigegeben werden, rechte Maustaste freigeben und es erscheint ein Link. Mit dessen Hilfe, ich kopiere ihn hier in die Zwischenablage, jeder Nutzer, der die Freigabe erhalten hat, darauf zuzugreifen, nun wirklich auf den Ordner zugreifen kann. Ich kann die Gültigkeit einschränken in Tagen oder an Zahlen von Zugriffen. Klicke auf OK und nun wird jeder, der die Zugangsdaten von Max kennt, auf diesen Ordner zugreifen können. Ich lege das gleiche für Lisa an, freigeben. Es erscheint wiederum ein Link, den ich Lisa zuspielen muss, damit sie dann wirklich in der Lage ist, auf den Ordner zuzugreifen. Das kann ich natürlich per E-Mail tun oder indem ich zunächst das Ganze in die Zwischenablage kopiere und ihr das auf eine andere Art und Weise zukommen lasse. Okay, hier sehe ich nun, dass beiden Ordnern eine Freigabe zugeordnet ist. Möchte ich diese Freigaben wieder entfernen, so gehe ich hier oben auf alle Dateien, lasse mir alle Freigaben anzeigen, die ich bisher erstellt habe, kann hier noch mal den Link einsehen, der da dran hängt und hier die entsprechenden Freigaben wieder löschen. Und schließe ich Teil 3, in dem ich zeige, wie man von außen tatsächlich den Zugriff durchführt. Möchte Max nun auf die Inhalte auf der NAS zugreifen, so gibt er einfach in einem Browser den entsprechenden Link ein. Er muss sich nun anmelden und kann nun tatsächlich nur auf die Dokumente zugreifen, die für ihn freigegeben sind. In diesem Fall eine Datei. Über Auswählen kann er nun auch mehrere Ordner gleichzeitig auswählen und sie zum Beispiel herunterladen. Er ist auch in der Lage, Dokumente hinzuzufügen, indem er hier auf hinzufügen klickt und nun Ordner oder Dateien auf seinem Rechner auswählen kann, die er hochladen möchte. Ein Zugriff auf weitere Inhalte ist ihm nun nicht möglich. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen gut vermitteln, wie man den Zugriff auf die Festplatte zu Hause realisiert. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.